Hallo, mein Name ist Steve König und ich trete für die Piraten Dresden im Wahlkreis 5, Blasewitz-Striesen, zur Kommunalwahl an, als auch in Blasewitz selbst für den Stadtbezirksbeirat. Dresden ist wirklich eine tolle Stadt. Ich habe ja jetzt auch meine Familie gegründet, ich habe eine Tochter, ich habe einen Hund, ich wohne mit meiner Freundin hier und wir möchten die Stadt allerdings gerne noch ein bisschen besser machen. Und dafür haben wir ganz viele Punkte im Programm, für die ich mich auch stark einsetze. Einer der wichtigsten für mich ist hier die Verkehrswende. Wir reden hier drüben über die Augsburger Straße, wie die saniert werden soll. Wir brauchen mehr ÖPNV, wir brauchen mehr Platz fürs Fahrrad. Wir reden aber auch über Klimaneutralität, denn nach jetzigen Plänen sind wir erst bis 2045 klimaneutral. Doch Dresden muss schon eher seinen Beitrag dazu leisten. Deswegen fordern wir unter anderem, dass wir bis 2035 klimaneutral sind. Ein dritter Punkt, der mir sehr wichtig ist und der auch überall auf meinen Plakaten steht, ist kurze Wege. Das ist ein wenig zweideutig. Zum einen reden wir darüber, dass wir die Dezentralität weiter fördern und erhalten müssen im Städtebau. Das bedeutet, jeder soll in Laufreichweite Einkaufsmöglichkeiten, Apotheker, Ärzte und so weiter bekommen. Und zum anderen der kurze Weg zum Amt, um digital auch alle Dinge erledigen zu können, die man so braucht. Also wenn ihr da mit mir übereinstimmt, dann am 9. Juni in Blasewitz drei Kreuze bitte für mich machen. Am 9. Juni Piraten wählen.